Boah, was für ein Blatt. Er muss buttern. Nein, Mann. Da muss doch das Ass raus. 60. Von allen schlechten Karten war das nur wirklich die schlechteste. Kreuzbube liegt. Ja, da sieht man, zu viele Damen können zum Problem werden. Willkommen zu Skatmasters 2017. Ja, ist schon wieder soweit. 180 Spieler sitzen gerade hinter mir und spielen jetzt aus. Wer kommt ins Halbfinale? Wer kommt dann ins große Finale und gewinnt diesen großen silbernen Pott? Ich weiß, das Schmuckstück steht mir auch sehr gut, aber ich gebe ihn total gerne ab. Wünsche allen gut Blatt und sage viele Grants hoffentlich am Tisch. Die Halbfinals sind in diesem Moment durch. Die drei Finalisten sind ermittelt. Wir gehen jetzt sofort rüber ins Studio und dann schauen wir mal, wer dieses Baby heute gewinnt. Und hier sind unsere drei Finalisten. Daniel alias Walddachs, zweimaliger Sieger und jetzt zum dritten Mal dabei. Depot 23 alias Matthias zum ersten Mal im Finale. Und die Nummer 3, Driessen alias Tobias, ebenfalls zum ersten Mal im Finale. Mein Name ist Peter Mitschke und ich bin hier mit Wolfgang Schutsch. Hallo an alle Zuschauer. Im Hintergrund zeigen wir gerade ein paar sehr interessante Bilder aus dem Studio. Die Technik ist doch sehr beeindruckend. Hier die Software, mit der wir alle Karten scannen. Und da springen wir auch schon in das erste Spiel direkt an den Tisch. Wolfgang, was sagst du denn zu den Karten? Das ist aussichtsreich. Auf jeden Fall hier für Matthias. Damit geht das Spiel zu Matthias. Wie Yvonne, unsere Kartengeberin, auch gerade sagte, das Spiel geht an Matthias. Er findet riesig im Skat mit dem Kreuz Buben. Matthias, was spielst du? Drückt Herz 10 und Herz König, oben links erkennbar. Und du kommst selbst. Und das Kartenfeld von Matthias war jetzt leicht unterlegt. Er durfte ausspielen, spielt Grang mit Dreien. Und wie man in unseren, oder wie man in den Skatkreisen sagt, eine absolute Rakete. Gleich ein Grang zum Anfang. Das ist natürlich ideal. Man ist ja doch sehr angespannt. Die drei Finalisten hier im TV-Studio. Man spielt ja nicht alle Tage im Fernsehstudio Skat. Das große Finale, es geht um viel. Ich denke, der Matthias fühlt sich gerade ganz gut, oder? Was denkst du, Wolfgang? Ja. Jedes dieser Spiele, welches einem erstmal Sicherheit gibt, ist natürlich absolut beruhigend, so ins Turnier zu gehen. Es wird ihm auch keiner nehmen können hier. Das ist, wie du schon sagst, ein relativ sicheres Spiel. Man sieht, unterlegt immer rot. Das ist der Alleinspieler, oben rechts. Der Spielstand, der hat jetzt 45 Punkte. Die Gegenpartei direkt darunter, 22 Punkte. Die Hälfte des Spiels ist durch. Und die restlichen Stiche gehen jetzt auch überwiegend an Matthias. Nicht nur überwiegend, alle. Also, gang mit rein, Schneider, 120 Spielpunkte und 50 Punkte für das gewonnene Spiel mit dazu. Relativ guter Start, also damit für Matthias. Vielleicht nochmal kurz zur Software. Rot unterlegt in der Mitte. Matthias immer der Alleinspieler. Außen die beiden Spieler der Gegenpartei. Oben links sieht man das gespielte Spiel. Den Skat, der gedrückt ist, oben rechts, den Spielezähler und die Punkte beider Parteien. Aber wir gehen auch darauf im Verlauf der 36er Serie, die wir hier spielen, weiter ein, um das alles zu erklären. Spiel 1 damit an Matthias. 170 Punkte. Und Spiel 2, Wolfgang. Wir gehen wieder los mit einem Buben im Skat. Herzbube, Karo 8. Daniel kommt ans Spiel. Und für ihn ein Riesen-Krang. Und wieder ein Kratz. Wieder mit 3. Kreuz, Ass, 10, 8 und 7. Er drückt die Beine vollen. Herz, 10, Pik, 10. Bube raus, Kreuz, Bube. Es fällt Kreuz, König. Das ist schon für Daniel sehr wichtig, denn in Kreuz kann er dann keinen Stich mehr abgeben. Entscheidend werden dann die Karo-Karten sein. Über den Ausgang des Spiels. Nicht um den Sieg. Nein, um Gottes Willen. Sondern darum, ob das Spiel eventuell wieder Schneider wird. Also wie zuvor, die Gegner dürfen keine 31 Augen erhalten. Zurzeit stehen sie bei 28. Erkennbar rechts in dieser, ja, wie darf ich sagen, Spiel 2. Oben die Punkte des Alleinspielers und darunter die der Gegenspieler 45. Krang mit rein, 96. Für Daniel. Ich habe auch nichts. Dann hatten wir also zwei Krang bisher. Jetzt fehlt noch Tobias. Eingepasst. Ich habe keine Lust, Krang zu spielen. Oh, Tobias hat keine Lust, Krang zu spielen. Das dritte Spiel wird eingepasst. Das passiert auch ab und zu mal. Die Karten waren sehr gut verteilt. Kein wirklich gutes Spiel für einen der drei Spieler. Deswegen direkt zu Spiel 4. Hier sieht es aber ganz gut aus für Tobias, oder? Was sagst du, Wolfgang? Na, kommt jetzt dein Krang, Tobias? Na ja, also so, die Ausgangskarte ist nicht so gerade so schön. Aber wieder der Skat. Pik Ass und ein Bube. Der Herzbube dazu. Krang. Oh, da ist er, der Krang. Jeder Spieler mit einem Krang. Mal sehen, ob Tobias den gewinnen kann. Aber das sieht doch jetzt nach dem Skat sehr gut aus. Den wird er auf sicher gewinnen. 20 gedrückt, die drei Buben mit nach Hause. Pik Ass, 10 König. Ja. Dame, da kann nichts passieren. Den wird er locker gewinnen. Das ist ein fairer Start. Jeder gewinnt einen Krang. Insgesamt 36 Spiele am Dreiertisch. Also eine Serie, die hier das große Finale der Skatmasters 2017 entscheiden wird. Da muss schon jedes Spiel genau und sehr ernst genommen werden. Da darf man es sich nicht leisten, so einen Krang zu verlieren. Das könnte zu teuer werden. Entsprechend vorsichtig werden die Spieler agieren. Bei dem Spiel gab es aber kein Risiko. Da konnte man ganz klar Krang sagen. Wir schauen mal, wie er den jetzt hier zu Ende bringt, der Tobias. Peter, vielleicht sagen wir etwas über den Tisch. Die Spieler müssen ihre Karten immer in die davor gesehenen Rechtecke legen. Da ist ein Scanner drin, sodass in die Software übertragen werden kann, welche Karten gelegt, gespielt, gezogen, eingezogen wurden. Und Yvonne als Kartengeberin ist dafür zuständig, alle Stiche, sofern sie jetzt aus der Mitte kommen, einzuziehen. Genau, das ermöglicht uns, dass wir die Karten hier für Sie zu Hause am Bildschirm live eins zu eins zeigen können. In jeder Karte ist ein kleiner Chip, ein kleiner Sensor. Du bist heiß gelaufen, oder? Ich bin schon... Ja, der Krang hat dir jetzt richtig schön... Beflügelt. Ja. 18. Leider nicht. Mittlerweile schon in viel Spiel 5. Die Karten von Tobias springen uns schon wieder ins Gesicht mit Vieren. Pass. Vier Buben. Na dann flieg, kleiner Tobias, wenn es dich so beflügelt hat. Das sind große Flügelse bei meinem Gewicht. Aber wenn du jetzt wieder krang sagst? Ich glaube nicht. Okay. Yvonnes Lieblingsspiel. Peak. Aber ein krang ist das hier für Tobias keinesfalls. Und Daniel kommt, bitte. Er versucht, und das wird es auch gelingen, den Peak mit Vieren nach Hause zu bringen. Das heißt, das Spiel zu gewinnen. Der Alleinspieler muss mindestens 61 Augen einbringen, um ein Spiel gewinnen zu können. Bedeutet, im Umkehrschluss hat er nur 60. Also die Hälfte der einzubringenden Augen ist das Spiel für den Alleinspieler verloren. Bisher relativ dicht beieinander. Wir sind erst in Spiel 5, aber die Spieler teilen sich die Spiele relativ fair auf. Jeder durfte einmal spielen. Tobias ist jetzt mit seinem zweiten Spiel ein Spiel eingepasst. So wünscht man sich das in einem großen Finale. Möglichst spannend. Alle eng beieinander. Die Konzentration ist Daniel hier im Bild auch anzusehen. Da wird jeder Stich, jeder Punkt, jeder Trumpf mitgezählt. Die drei Spieler am Tisch wissen ganz exakt, welche Karten raus sind und wie die Spielstände sind. Auf dem Niveau, auf dem hier gespielt wird, ist das selbstverständlich. Das ermöglicht natürlich ein ganz anderes Level an Zusammenspiel in der Gegenpartei. Auch die beiden Spieler, die dort spielen, spielen ganz exzellent zusammen. Das zeigt sich hier auch in den bisherigen Spielen. Es ist natürlich nicht so, dass man nur die Karten zählt. Ich sage immer, im Kopf brauchst du ganz viele Speicher. Die Anzahl der Trümpfe, die eingebrachten Augen, welche Karten in Folge sind raus oder noch im Spiel. 18? Ja. Um hier auf diesem Level bestehen zu können. Und das zeigen uns die drei hier Tobias wieder in Vorhand mit einer Riesenkarte Kreuz-Pik-Herz-Bube. 30? Langsam wirst du lästig, ja. Im Skat warten auf ihn Kreuzkönig Kreuz 7. 5? Mhm. Welches den Krang unumstößlich macht. Ja, das passt sehr gut. 40? Mhm. Wird allerdings hochgereizt von Matthias, der auch ein schönes Eingangsblatt hat mit Herz ohne Dreien. Aber weiter kann er nicht. Mhm. Muss Tobias das Spiel überlassen. Och, und da freut er sich. Lange kein Krang mehr gespielt. Und wieder ein Krang. Karo König, Karo 9 weg. Ja, Krang. Und du kommst selber, Tobias. Und somit ist auch, weil er selbst ausspielen darf, ein möglicher Abstich mit dem Karo Buben ausgeschlossen. Er holt den Buben ab. Pik-Bube, Karo-Bube fällt. Bringt auch gleich seine schlechte Karte und meint, wir können Zeit gewinnen und dieses Spiel abkürzen. Wow. Ein Stich für die Gegner. Krang mit Dreien, Schneider. Und da geht er ab auf 373. Daniel, sag Matthias was. Mittlerweile schon in Spiel 7. Es geht wirklich schnell voran. 20. Ja. Der Punktestand jetzt schon etwas zugunsten von Tobias, der sich gerade mit dem letzten Spiel ein wenig absetzen konnte. Passe. Daniel. Aber wir haben bisher kein verlorenes Spiel. Daniel jetzt bei Reizhöhe von 30 am Spiel. Wenn er in seine Karten sieht, hat er ein schönes Sechstrumpferspiel in Pik mit Kreuz und Pik-Boom. Kreuz-Ass in der Beikarte. Und den Drei-Karos. König-Dame 8. Herz 10 und 8 gedrückt, oben links zu erkennen. Aber er wird gleich das Ungemach über sich hereinbrechen sehen. Ist am Spiel mit dem Ass. Und er wird, ja, er hat ihn schon in der Hand. Kreuz-Boom. Und mal gucken, wie die Trümpfe stehen. Von Tobias Pik 8. Oh, oh, oh. Auweia. Nun sieht er alle Trümpfe in der Hand von Tobias. Und das ist natürlich doppelt bitter, weil Tobias natürlich der Führende in dieser Runde ist, in dieser Serie. Und gleich wieder rein, wo es wehtut. Das wird schwer. Hat denn Daniel zumindest noch eine theoretische Chance hier zu gewinnen, Wolfgang? Wenn wir uns die Karten von allen drei Spielen anschauen. Wenn Matthias jetzt auf einen Trumpfstich, den Daniel an Tobias abgeben muss, die Karo 10 reingibt, dann hat er noch eine theoretische Chance. Matthias ist auch ein sehr guter Spieler. Ich denke. Super. Die vorher geschonten Kreuz 10, jetzt dazugegeben. Das heißt also, dass die Karo 10 auch noch draußen ist. Und Tobias weiß nicht, wo sitzen jetzt die Herz? Wo sitzen die Karo-Karten? Karo-König. Und nun die Entscheidung für ihn. Was ist zu tun? Und er gibt Herz-Aster zu. Und damit gehen die Gegenspieler weit über 60. Oh, 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 oh. Konntest du es nur hören? Ja. Daniel sagte, an dieser Stelle gebe ich auf. Da war dann nichts mehr zu holen. Das war wohl nichts. War doch gut. War mal spannend für die Runde, aber... Also für uns war es nicht spannend. Für dich? Er trägt es mit Fassung und das ist völlig in Ordnung. Ja. Weil er an diesem Kartenstand kann er nichts ändern. Und dem muss man sich dann nun halt beugen. Sagt Daniel das. Es sind ja auch noch genügend Spiele. Wir sind jetzt in Spiel 8 von 36. Da ist also noch viel Raum für Daniel und Matthias anzugreifen. Und Daniel tut das hier auch gleich. Er reizt das Spiel bei 18. Sieht nach einer soliden Karte aus. Was war der Skat, Wolfgang? Ich habe den nicht gesehen. Peak 10. Peak 8. Peak 8. Das passt doch ganz gut. Und die 18 drängten sich ihm ja auch auf. Also die drei Buben schon in der Hand. Peak Bube, Herz Bube, Karo Bube. Der Skat machte diese Karte von einem Farbspiel zu einem Grang. Und hier gibt er theoretische drei Stiche ab. Der Kreuz Bube muss weg. Klar. Und die beiden Karo Karten. Auch hier wieder die Entscheidung. Wird dieses Spiel Schneider oder nicht? Die Wahrscheinlichkeit ist klein. Da ja beide Karo Vollen draußen sind. Er gibt zwei Karo Stiche ab. 14 haben die Gegner schon eingebracht. Da ist die 10. Das sind 24. Matthias macht gar kein großes Federlesen. Darum war er auch noch König und Karo 9. Dann sozusagen als Stehkarten hat. Das Spiel ist schneiderfrei. Ja. 35. Daniel erkennt nur noch einen Stich. Der Rest ist seins. Der Rest an mich. Wir können wieder abkürzen. Und somit ist er ein wenig rangekommen. Jetzt mit 128 Punkten. Tobias aber immer noch mit 413. Also noch ein klein wenig Arbeit für Daniel und Matthias. Und wir sind in Spiel Nummer 9. Ein klein wenig ist gut. Knappe 300 Punkte sind das. Das ist schon relativ viel. Das stimmt. Sie sehen übrigens, den Punktestand immer rechts neben den Namen der Spieler. Tobias kurz rechts daneben. 413 Matthias. 210 Daniel. 128. Da drüber dann das Spiel, in dem wir sind. Spiel Nummer 9. Und Daniel holt sich das nächste Spiel. Und wieder ein Gramm. Und wieder Gramm. Und nun ist diese Serie in einer Phase. Daniel muss wieder rankommen. Der Gramm ist nicht sehr stark. Aber er will unbedingt rankommen. Und auch ein Farbspiel wäre hier leicht zu kippen. Jeweils wären es, ob es in Karo oder in Pik ist, wären es 5 Trümpfe. Tobias hatte auch erstmal so keine gute Idee, welche Karte von der Farbe her anzuspielen ist. Und kam deshalb gleich mit Kreuz Boom, um eventuell mit einem Signal von Matthias erkennen zu können, welche Farbe jetzt nachkommen kann. Half ihm alles nicht so recht weit. Pik 9. Tobias ran mit Pik 10. Und jetzt entscheidend. Herz Ass oder Karo 10 für Matthias. Er nimmt Karo 10. Und diese Karte gefällt Daniel ganz ausgezeichnet. Denn jetzt kann er nicht mehr verlieren. Es gehen für ihn bei eingebrachten 35 Augen bisher 26 mindestens für ihn nach Hause. Kreuz Ass, Karo Ass und Karo König. Er wird dieses Spiel gewinnen. Und dann ist er natürlich auch vom Punktestand wieder dran. Das konnte der Matthias jetzt aber nicht wissen, dass das Herz Ass da das richtig ist. Es war eine 50-50-Entscheidung. Der hat sich eben für die 10 entschieden. Da geht also kein Vorwurf in Richtung Matthias. Nein. Es kann in beide Richtungen gemeckert werden. In beide. Sehr, sehr gut. Und gespielt einfach von allen dreien bisher. Vielen Dank, Rassi. Kann ich dir nicht zeigen. Geht nicht. Am Ende des Spiels wird dann immer noch mal kurz analysiert, was man hätte besser oder auch nicht besser machen können. Das ist immer sehr interessant. Das stimmt. Und die Spieler sind angespannt. Es geht um viel Geld an dem Tisch. Allein der Tisch sind 50.000 Euro, 25.000 Euro für den ersten, 15.000 für den zweiten und 10.000 für den dritten. Könnte man sagen, jeder ist ein Gewinner. Das stimmt. Aber der Unterschied zwischen dem dritten und dem ersten, der ist dann doch relevant genug, um hier wirklich alles zu geben und sehr, sehr konzentriert zu spielen. Mittlerweile in Spiel 10. Matthias will es noch mal wissen. Hat hier wieder einen Gragen. Wir haben unglaublich viele Gragenspiele tatsächlich in diesem Finale. Wolfgang. Aber wir müssen nun noch dazu sagen, dass die drei ja nicht von ungefähr jetzt dort sitzen. Sie haben sich über das ganze Jahr heraus aus Turnieren qualifiziert für die Endrunde, die mit 180 Spielern ausgetragen wurde, über vier Serien. Und in diesen vier Serien setzten sich die zwölf Spiele ab, natürlich die drei hier drunter auch, die dann jeweils an drei Tischen das Halbfinale spielten. Und der Tischsieger sitzt jetzt hier jeweils am Tisch. Die drei Tischsieger, ganz genau, haben sich fürs große Finale qualifiziert. Eine kleine Anekdote noch dazu. Daniel sitzt hier, weil im Halbfinale sein direkter Gegner, der bis Spiel 48 geführt hat, also er machte das Spiel 48 noch durch einen Fehler, sein Spiel verliert. Und da zog dann Daniel an Spieler XY vorbei und ist nun zum dritten Mal hier. Das ist schon relativ außergewöhnlich. Wir hatten in den zwölf Jahren Skatmasters Geschichte tatsächlich noch niemanden, der zweimal ein Finale gewinnen konnte, außer Daniel. Und natürlich auch noch niemanden, der dreimal in diesem Finale hier im TV-Studio sitzt, außer eben Daniel im gelben T-Shirt. Also das ist schon eine besondere Leistung und zeigt auch, dass er in Deutschland wirklich zu den besten Skatspielern gehört. Dieses Jahr ist es aber tatsächlich so, dass auch die beiden anderen Spieler ganz exzellente Skatspieler sind. Es ist also ein besonders spannendes Finale. Der Punktestand immer noch mit Tobias an der Spitze. Matthias konnte etwas aufholen, Daniel im Moment auf dem dritten Platz. Spiel Nummer 12, ein Drittel gespielt. Und hier ist dein Piekspiel. Wir machen Grang. Daniel Grang. Wolfgang, der sieht aber relativ mutig aus, der Grang. Sage ich jetzt mal als Laie. Mit einem Boom, die lange Karofarbe, aber er konnte zwei volle drücken. Und jetzt schau mal hin. Ja. Fünfmal Karo, Karo Ass, Karo 10. Karo Ass gedrückt, Kreuz Ass 10, König. Aber warum drückt der hier das Ass nicht, sondern eben nur die 10? In der Karo-Karte ist es recht wahrscheinlich, dass eventuell Karo abgestochen wird, weil ja jeder nur einen haben kann bei den Gegenspielern. Da könnte dieses Auge entscheidend sein. Mit der Kreuz 10 führt ja die Gegner auch noch so ein bisschen aufs Glatteis. Spielt Kreuz Ass, bekommt diesen Stich und eventuell im Nachzug mit Kreuz König. Und dann weiß man nicht so genau, wo ist denn jetzt die Kreuz 10? Kleiner Trick. Er hat jetzt 56 eingebracht. Jetzt wird er den Zwischenzug mit Herz Ass machen, um dieses nach Hause zu bringen. Und schon hat er dieses Spiel gewonnen. Sah doch viel einfacher aus als am Anfang. Also doch ein relativ sicherer Kran. Und mit Kreuz König jetzt leider funktioniert es nicht so, wie ich es angekündigt habe oder zumindest sehen wollte, wie es hätte sein können. Denn Tobias hat mit den verbleibenden Karten Rest, wie er es so schön ausdrückt. Damit ist er dann auch wieder ein wenig mehr an den Führenden herangekommen, der Daniel. War ein schönes Spiel. Es war tatsächlich ja ein schönes Spiel. Einige Spiele sind dann eben doch einfacher und für den Zuschauer vielleicht etwas langweiliger. Die sogenannten Oma-Spiele, die sehen immer gut aus und man freut sich als Spieler, wenn man sie bekommt. Wir wünschen uns natürlich eher die etwas spannenderen Spiele, die etwas schwieriger zu gewinnen sind. Weil die besonders interessant zum Zuschauen sind. Wenn Sie übrigens als begeisterte Skatspieler auch mal hier am Tisch sitzen wollen oder sich generell für das Finale der Skat-Masters in Berlin qualifizieren möchten, man kann unter www.skat-masters.de jederzeit mitmachen. Die Qualifikation läuft das ganze Jahr. Und im Sommer jeden Jahres schaffen es dann die besten 180 Spieler nach Berlin ins Finale, wo um 125.000 Euro Gesamtpreisgeld gespielt wird. Und im TV-Finale im Anschluss, das wir hier sehen, geht es dann um 50.000 Euro an diesem Tisch. Und selbst wenn man es nicht bis ins Finale schafft, alleine das Umfeld ist es wert zu spielen, ein hervorragendes Niveau. Man lernt viele Leute kennen, man sieht viele wieder. Daniel arbeitet sich langsam aber sicher heran. Spiel Nummer 13 auch. Es wird immer knapper, 62. Aber er ist jetzt wieder dran, würde ich sagen, am Feld. Sogar an Matthias vorbeigezogen. Er arbeitet sich an, so wie du es sagst. Er kämpft. Und das nächste Spiel. Kreuz, Pik, Bube in der Hand. Und hier war gerade zu sehen, was man bei starken Spielern oft sieht, die sortieren ihre Karten gar nicht. Da ist alleine der Blick in dieses Blatt schon Gang und Gäbe zu erkennen, wie die Karten stehen. Ihr bringt jetzt hier einen Pik mit Zweien und dem dritten Bube Karo dazu. Hoffentlich sicher nach Hause. Wir sehen es wieder, die Trümpfe stehen für ihn gut. In der Hand der Gegner. Und der Trick mit dem Sortieren, der ist tatsächlich relativ wichtig, wenn man offline am Tisch spielt. Denn so sehen die anderen Spieler nicht, woher die Karte gezogen wurde aus der Hand und können nicht vermuten, zum Beispiel bei drei Buben, die Buben alle sortiert vorne links, dass da noch zwei weitere sind und so weiter. Und dann die Farben absteigend von links nach rechts. Genau. Also für den Profispieler ganz wichtig, tatsächlich die Karten nicht so schön zu sortieren, wie ich das als Laie immer gerne mache, um einen einfacheren Überblick behalten zu können. Aber dieser Vorteil oder der Nachteil fällt natürlich beim Online-Skat weg. Das stimmt. Da werden die Karten ordentlich, wie wir es hier auch auf dem Tableau haben, sortiert angezeigt. Es ist also etwas freundlicher für die Einsteiger und Hobbyspieler im Online-Skat. Aber du hast überlegt, ob du auch wieder einen Karten spielen sollst, oder? Nein, nicht wirklich. Gut. Da war wieder ihre Forderung. Kran, 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 hast du überlegt? Nein, er hatte keinen, Yvonne. Wir haben aber tatsächlich überproportional viele Kranenspiele in dieser Serie. Bisher, ich glaube, von 15 Spielen sieben Kranenspiele, Wolfgang. Bis jetzt, meinst du? Bis jetzt? Bis jetzt sind es drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kranens haben wir schon. Das ist schon ein sehr hoher Quotient an Kranenspielen. Mehr als die Hälfte. Aber die Karten waren auch riesig, wie sie hier verteilt wurden. Es war kein ungerechtfertigter Kranen dabei. Das waren alles wirklich sicher gewonnen. Es war ja kein Kranen verloren bisher. Ja, aber du wirst dich erinnern, dass der eine Kran von Daniel, der kann in beide Richtungen gehen, aber Daniel musste reinkommen und diesmal war das Quäntchen Glück auch auf seiner Seite. Die Karozehn fällt dann eben. Das war der eine riskantere Kran von den neun, das stimmt. Das Spiel jetzt wirklich ausgeglichen. Daniel mit 505, fast an Tobias mit 559, 15 Spiele von 36. Die Spieler haben auch schon einige Spiele gespielt heute, also auch vor dem Finale, das Halbfinale. Es ist also eine wirklich anstrengende Zeit für die Spieler hier. Dieses Finale der Skat Masters 2017. Da muss man auch mal sagen, Hut ab vor der Konzentration über so viele Stunden. Also Daniel sagt Matthias was. So Matthias, was hältst du? Das Spiel 15 eben ging an Tobias, womit er 5 zu 0 Spiele hatte. Doch einfach. Der lief gerade gut. Matthias 2 zu 0 und Daniel 6 zu 1 bei einem eingepassten Spiel in Summe. Spiel 16. Und nun wird es mal etwas enger für Tobias. Drei Boom. Das sieht erstmal gut aus. Aber erst dachte man so ein bisschen an den sogenannten Nachbrenner. Aber die Karten stehen nicht gut für ihn. Die Trümpfe, ja. Aber das Spiel wird wohl verloren über die Beikarte. Matthias öffnete mit dem blanken Herz König. Daniel musste drunter bleiben. Tobias dachte mit 7, 9 und Ass in Herz. Vielleicht fange ich da etwas mehr. Daniel im Spiel. Herz 10. Tobias, Herz, Ass. Abstich, Matthias. Eingebrachte 54 Augen jetzt. Für die Gegenpartei nur noch 6 Punkte und die Gegenpartei würde gewinnen. Tobias versucht es jetzt nochmal mit so einem kleinen Trick. Mal sehen, vielleicht wird da doch das nötige volle oder die nötigen Augen noch reingegeben. Matthias ließ sich nicht blöffen. Keine Chance. Das erste verlorene Spiel für da, Tobias. Das erste. In diesem Finale. Das wird natürlich Daniel gefallen, denn so sind beide plötzlich wieder ganz eng beieinander. Na, nicht nur beide. Matthias ist mit 420 auch nicht weit weg vom Schuss. Völlig richtig, ja. Auch keine zwei Spiele. Daniel im Spiel. Herz 10, Karo König im Skat. Sieht nach einem Kreuz ohne Dreien aus. Karo 10, Herz, Dame. Er drückt die nötigen Augen und wieder aus Ass 10, Dame die mittlere Karte gedrückt. Die drei sicheren Augen in Herz. Kreuz ohne Dreien. Denn viele Spieler machen oft den Fehler, dann das Ass zu drücken. Das ist dann der so genannte Assdrücker. Aha. Aber damit verrät er dann natürlich auch seine Karten. Kreuz 10 auf den Tisch. Ach, Kreuz Ass ist gedrückt. Stimmt. Und andersrum passiert es dann doch mal. Die 10 ist gedrückt. Ass Abstich. Und zum Schluss bleibt der Alleinspieler bei 60 stehen. Ja, hättest du mal das Ass gedrückt. Daniel kann jetzt keinen Trumpf mehr ziehen. Weil er nicht genau weiß, wie die beiden verbleibenden Trumpfe stehen. Stehen die in einer Hand? Ist sein zweiter Trumpf plötzlich weg? Und jetzt muss es nur über Abstich gehen. Einmal hin und einmal wieder zurück. Opfert er sozusagen die Herz 10 hier, um die Bogen rauszuziehen. Reicht Daniel nicht? Würde er hier stechen? Karo? Und das gleiche noch mal mit dem König. Jetzt die Frage. Ja, ja. Was tun? Pigass gewinnt. Pigfalles gewinnt dieses Spiel. Ich gewinne Kreuzung. Schöne Ausgangslage. Ja, ein schwieriges Spiel zum Ende hin. Sehr spannend. Nicht so einfach zu gewinnen. Recht schwache Trümpfe. Eben diesmal gewonnen über das Beiblatt, so wie wir es auch schon gesehen haben, über das Beiblatt verloren. Und damit führt Daniel zum ersten Mal. Und Daniel ist jetzt vorn. Genau zur Hälfte der Serie. Das heißt, Spiel 18 ist noch das letzte Spiel aus Hälfte 1. Oh, Herz. Du wolltest doch doch vorhin, dass Herz gespielt wird, oder? Finde ich wunderschön. Endlich mal Herz. Die Farben mag ich sehr. Hatten wir noch gar nicht heute am Tisch. Tobias sagt sich, er muss jetzt was tun. Er muss angreifen. Hat das Spiel jetzt bekommen, Herz. Sieht auch sehr sicher aus, Wolfgang. Naja, im Fahren sind da nur vier Trümpfe. Gutes Beiblatt. Ja, ein Kreuz und die Gastzehen. Karo-Karte gedrückt. Und nun erhofft er sich natürlich den Abstich eines Vollen in Karo mit der Herzzehen. Dann ist er schon, wenn die anderen beiden Farben bedient werden, zu Hause. Ich sage immer so leicht zu Hause. Damit ist gemeint, das Spiel gewonnen zu haben. Also mindestens 61 eingebracht zu haben. Hier sieht man nun mal schön, wie die Spieler die Karten immer in die Sensorenfelder legen. Das verlangsamt das Spiel natürlich etwas, aber da gewöhnt man sich schnell dran. Schau, da ist das, dieser ersehnte Stich. Karo-Dame, Karo-Ass, Herzzehen, 24 Augen. Nun nochmal die Trümpfe einfordern. Kein Trumpf mehr bei den Gegnern. Jetzt kann Tobias schon unter dem Ass anspielen von der Kreuz-Karte her. In der Hoffnung, dass das Spiel noch Schneider wird. Aber Kreuz 10 ist noch im Spiel, muss abgegeben werden, sodass die Gegenspieler, Matthias und Daniel, die 30 überschreiten werden. Aber ein Versuch ist es wert. Ja, jeder Punkt zählt. Gut gefunden. Ja, das war gut. Was denkst du, wer von euch dreien wird es am Ende machen? Meiner Einschätzung nach nehmen Daniel und ich uns von der mathematischen Seite und technischen Seite nicht viel. Tobias ist stärker, als ich erwartet habe. Wesentlich stärker. Ja, macht schon sein, dass Tobias noch einen Tick hinten an ist, aber den unterschätzt er absolut nicht. Ich kannte ihn auch noch vor fünf Jahren, da ist er in jede Karte reingegangen. Wäre mir lieber, das wird er heute auch noch machen. Von der Spielstärke her sehe ich Daniel halt vorne und uns beide auf Augenhöhe, Matthias und mich. Und wir spielen alle mit den gleichen Karten und wenn die guten Karten kommen, dann kann ich da auch mit umgehen. Für die letzten Spiele, was machst du jetzt nochmal? Abwarten und gucken, wie es kurz vor Ende aussieht. Und ich glaube, dann kann man wirklich erst sagen, ob jetzt Angriff gespielt wird. Meine Taktik verändert sich ja typischerweise nicht. Man guckt, was kommt und versucht das Beste daraus zu machen. Ich kann sehr geduldig sein. Wenn es die Karten dann zulassen, dann werde ich natürlich irgendwann auf Angriff umstellen. Es gibt ja nichts zu verlieren. Richtig. Das haben Sie schon gesagt, die drei Finalisten. Sie sind auch alle drei mit höchstem Respekt vor dem jeweils Anderen. Profis durch und durch. Wir sind in Spiel 19. Die zweite Halbzeit beginnt und alle Spieler liegen relativ dicht beieinander. Tobias und Daniel quasi auf Augenhöhe. Matthias mit 200 Punkten dahinter auch noch. Und er schießt jetzt ran. Und er hat ein wunderbares Spiel. Du hast recht, Wolfgang. Er schießt jetzt ran. Der Grang mit dreien. Auf jeden Fall Schneider. Es dreht sich hier eigentlich nur darum, wie die Gegenspieler ihre Karten abwerfen, ob das Spiel eventuell schwarz wird. Das heißt, dass die Gegner keinen Stich machen. Das ist die eine Peak 9, um die es sich da dreht. Die drei Optionen kenne ich wohl. Ja, Matthias sagte es gerade noch. Ich muss euch ein bisschen quälen. drei Optionen. Das heißt, in drei Farben könnte der Stich sein. Ja, wo holen sie den jetzt her? Ja, das ist ja immer spannend beim Grang. Was hebt man sich auf? Wo kriegt man noch einen Stich? Sein Blatt nochmal. Kreuz, Pik, Herz, Bube, Kreuz, Flöte, Ass 10, Dame 9, 7. Zwei Karten verbleiben. Herz, Ass und diese versteckte Pik 9. Aber jetzt müsste Matthias bald erkennen, dass sich die beiden keine Blöße geben. Ja, beide heben ihr Pik. Da er zeigt, legt die Karten hin und sagt, ihr macht noch einen Stich, aber seid trotzdem Schneider. Du auch. Und damit ist er tatsächlich mit 590 Punkten an die beiden anderen wieder dran. So schnell geht's. Es sind 53 Punkte Differenz von Platz 1 zu Platz 3. Dazwischen Tobias mit 629 Punkten. Und das 16 Spiele vor Schluss. Alles offen in diesem höchst dotierten Skat-Finale in Deutschland. 125.000 Euro Gesamtpreisgeld. Online-Qualifikation über das ganze Jahr möglich auf www.skat-masters.de Hier kann auch jeder mitmachen. Da gibt's keine Teilnahmebegrenzungen. Die Karten sind übrigens etwas dicker als normale Skatkarten, weil in jeder Karte ein kleiner Scanner-Sensor drin ist, damit die Karten so schön über den Tisch eingescannt und dann im Fernsehbild zu sehen sind. Das ist für die Spieler am Anfang etwas ungewöhnlich, deswegen gehen sie sehr vorsichtig mit den Karten um, aber auch da gewöhnt man sich nicht. Darf dich kurz unterbrechen, Peter, wir kommen darauf zurück. Matthias Du kommst raus. Und mit dem eingebauten, nochmal, mit der eingebauten Möglichkeit zu verlieren. Es reichen schon drei Peak in einer Hand. Vier sind draußen und die müssen so verteilt sein. 3-1 oder 4-0, dann ist das Spiel rum. Auch in Caro war die Karte nicht gerade stark mit 7-9 Dame. Und da ist es passiert. Eben ran und schon wieder zurück. Er hatte ein bisschen Pech, der Skat Peak Ass und Kreuz Bube, wenn ich mich richtig erinnere. Ein sensationeller Skat für Tobias oder Daniel, aber nicht für Matthias, der Null-O-Wehr spielen wollte. Ohne diesen Skat hätte er den Null-O-Wehr eventuell gewonnen. Ja, oder mit anderen Karten. Ja, so einer der seltenen Null-O-Wehr- Spiele tatsächlich im Finale. Leider ist Matthias damit wieder etwas zurückgefallen und greift gleich wieder an, aber das sieht nach einem sehr riskanten Spiel aus, Wolfgang. Ich bin mit meinem Kreuz ja noch am sinnstigsten. Ja, auf jeden Fall. So sieht's aus. Kreuz. Matthias spielt Kreuz und Tobias kommt raus. Und ich räume ihm da nicht großartige Gewinnchancen ein. Er hat zwar zwei volle gedrückt. Er hat eigentlich Pech. Ja, und nur schau, bei Daniel die fünf Trümpfe ohnehin schon dagegen. Und hier ist es tatsächlich so, hast du kein Glück, dann kommt das Pech mit noch dazu. Das ist tatsächlich, er hat's versucht, man kann ihm das tatsächlich nicht übel nehmen, er hat da zweimal Pech gehabt bei der Verteilung und dann fällt man doch relativ weit zurück. Wenn er das Spiel jetzt noch verliert, dann ist er auch eben 300 Punkte hinten, denke ich. Wir schauen einfach mal, wie das Spiel läuft. Vielleicht er bringt's noch aus. 50 Punkte hat er schon. 50 hat er jetzt. Herzkönig, er muss noch mit Herzdame bedienen. 54. Ach, jetzt war dieser Herzschnitt von Tobias. Matthias spielte den Herzkönig. Hat er tatsächlich mit 67 das Spiel Und jetzt gewinnt er mit 67. Hat die Gegenpartei hier einen Fehler gemacht? Oder haben wir uns da in unserer Einschätzung geirrt, dass das Spiel doch nicht so riskant war? Es sah für mich sehr, durch die 5 Trumpf von Daniel dagegen, sah es für mich sehr schwer zu gewinnen aus. Also dieser Spiel war kaum gewinnbar und nun plötzlich ist es zu Haus. Matthias ist wieder da. Sehr schön, sehr schön. Nicht so gut. Ja, ich glaube, da ist Daniel tatsächlich mit der Spielweise seiner eigenen vielleicht und vielleicht auch der von Tobias in der Gegenpartei nicht zufrieden. Ich denke, die Gegenpartei hat da auch gedacht, sie können ihm das Spiel abnehmen. So wie wir übrigens auch hier. Daniel, Tobias waren sich da vielleicht doch ein bisschen zu sicher. Uns soll es recht sein, so ist Matthias wieder eins rangekommen. Er spielt auch gleich das nächste Spiel. Er hat hier anscheinend wirklich einen Lauf. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht überschätzt. Wobei das wieder nach einem guten Blatt aussieht. Fünf mal Trumpf und zwei Asse in der Beikarte. Auch wieder fünf dagegen. Und wieder fünf Trümpfe gegen. Herzbube raus. Daniel gibt Kreuz sieben dazu. Er weiß, er hat die beiden höheren Buben. Er sieht sie ja. Kreuz zehn ist dann die Hochkarte. Wäre übel gewesen, würde bei Tobias das Trumpf Ass blank stehen. Aber da zuckt man dann auch nur eben mit den Schultern. Aber was wäre wenn? Ja, Matthias, die Frage, wir schneiden auf Karo zehn, das heißt, er bleibt unter diesem Stich, er nimmt nicht das Ass. Schneiden bedeutet, man versucht, mehr Augen zu bekommen, als das waren drei Augen, Karo zehn ist ja auch noch da, jetzt auf Karo neun, Karo König, gut, ein Auge mehr, ein Auge mehr, nicht die erhoffte Zehen. Auch immer ein gewisses Risiko beim Schneiden natürlich dabei, dass man am Ende leer ausgeht. Und nun wird's oder ist es interessant, er muss beide vollen bekommen, Kreuzass und Herzass und mit Augen in Herz mit dazu. Bringt Daniel ans Spiel, Matthias weiß, die Trümpfe stehen bei ihm, aber die andere Karte ist noch nicht geklärt in Herz. Kriegt jetzt von Daniel, weil es ihm eben so geht, setzt ihm die Herz Zehen vor und nun muss Matthias auf Gedeih und Verderb Kreuzass bekommen. Spielt in Herz wieder ein und nun hat er das Pech. Bei Daniel stehen Herz König und Herz Sieben. Daniel nimmt mit, spielt die Herz Sieben hinterher, Matthias muss antreten und beide Stiche gehen an die Gegenpartei und da ist dieses Spiel wieder rum. Da haben sie es besser gemacht, das hat Daniel auch gerade gesagt, diesen hat es nicht war. Ich warte weiter. Pass eingepasst. Ein eingepasstes Spiel, Nummer 23. Eingepasst bedeutet, keiner der drei möchte ein Spiel wagen, also keine 18 sagen. Ja, womit eigentlich auch nicht doll. Im Skat lag zwar Pik Bube, sehen wir, aber der Spieler ist darauf angewiesen, mit dem zu spielen, was er hat. Zwo? Ja. Neu? Ja. Pass. Weg. Aha. Karohand. Tobias, Karohand. Ich sehe da nur Rot und Gold, Gelb. Das kommt selbst raus. Bei Tobias. Ein relativ nettes zwei Farben. Hochinteressant. Hochinteressant. Kann ich noch mal umtaufen? Ja, jetzt erkennt Tobias, dass er einen Grang hätte. Und es kommt noch schlimmer, wir sehen es schon. Anhand der Kartenverteilung wäre es auch ein Grang-O-Wer gewesen. Aber Tobias kann dieses Risiko nicht eingehen. Es waren mehr als 18 gereizt. Er musste also ein sicheres Spiel machen und das ist in dem Fall der Karohand. Schneider schwarz. 45 Augen plus der 50 für dieses gewonnene Spiel. Daniel setzt sich nun wieder etwas weiter ab mit 804 Punkten gegenüber 723 von Daniel. Auf jeden Fall die richtige Entscheidung. In so einem wichtigen Finale völlig richtig. Muss man dieses Risiko nicht eingehen, zumindest jetzt noch nicht. Er liegt immer noch gut, er führt jetzt sogar wieder Spielnummer 25 noch 11 Spiele. Immer noch sehr ausgeglichen zwischen Tobias und Daniel. Matthias etwas abgeschlagen, aber auch das wäre in 11 Spielen noch möglich. Mit ein wenig alles drin. Hier ist noch alles drin. Und Matthias kommt raus. Daniel jetzt ein Karo mit 2 und da ist es zum, ich glaube, vierten Mal heute. 5 Trümpfe dagegen in einer Hand. Schwierig. Das ist schon ein böses oben auf Pik Bube, der Herzbube. Und da hat Daniel die Gewissheit. Ja. Die verbleibenden Trümpfe, jetzt auch noch ein Trumpf mehr bei Matthias, als er eigentlich selbst führt. bringt jetzt seine Pik Karten nach Hause und jetzt steht er bei 53 Augen, die Gegenspieler immer noch 0. Aber jetzt wird ihm die Puste ausgehen. Ihm geht die Puste aus. Jetzt wird er keinen Stich mehr machen. Matthias zieht jetzt die beiden verbleibenden Trümpfe bei Daniel in der Hand ab. Karo 10, Karo König, Karo 9 und 7 drauf. Kreuz 9 steht. 67 für die Gegenspieler. Da konnte Daniel nichts machen. Er hat auch keinen Fehler gemacht. Das war tatsächlich eine schwierige Trumpfverteilung. Es war ohnehin kein ganz so leichtes Spiel, aber durch die Verteilung der Trümpfe Das kann man dann auch nur mit Humor ertragen. Ganz genau. Man weiß es nicht. Damit ist da jetzt natürlich ein wenig zurückgefallen. Tobias jetzt wieder mit 200 Punkten vorne. Kann etwas entspannter ans reizen herangehen. Ich habe das Gefühl, Tobias wird jetzt die Schallmauer durchbrechen. Kreuz, Pik, Herzbube in seiner Hand, Karobube dazu, das liegende Herzass machen diese Karte zu einem Monster Gang. Riesenspiel Oma Blatt, wie du es auch immer nennen möchtest. Ich bevorzuge Oma Blatt. Was kann die arme Oma für diese Karten? Die würde es auch gewinnen. Damit setzt er sich natürlich endgültig ab. Also das Spiel, das bisher beste Spiel, also einfachste, aber auch von den Punkten her beste Spiel in dieser Serie. 144, Gang mit 4, Spiel 5, Schneider 6, 144 Punkte. Helfen ihm jetzt hier über die, ich nannte es Schallmauer oder die so genannten ominösen 1000 in einer Serie. Da könnte der Drops jetzt schon gelutscht sein für ihn. Wir haben noch neun Spiele vor uns, das wäre schon noch möglich für Daniel, aber natürlich muss man dazu mal 5 Spiele am Stück machen und gewinnen. Es sieht sehr gut aus für Tobias. Nichtsdestotrotz wird Daniel hochkonzentriert weiter kämpfen hier am Tisch. Matthias auch. Matthias ganz genauso, es geht dazu einfach um zu viel Geld und es macht ja auch viel zu viel Spaß. Ganz ehrlich, die drei neben dem ganzen Druck und der Konzentration haben die natürlich auch unglaublich viel Spaß hier in diesem schon sehr außergewöhnlichen Finale der Skatmasters im Fernsehstudio sitzen zu dürfen. Das gibt es so in Deutschland nur hier. Da ist natürlich dann auch eine gehörige Portion Spaß. Aber ich glaube auch nach dieser gewissen Einwöhnungsphase am Tisch natürlich sind die Spieler nervös. Ganz andere Umgebung, ganz anderes Spielen mit den Scannern, mit diesen dicken Karten im Fernsehstudio, da ist man natürlich noch mal zusätzlich nervös. Aber jetzt sind sie glaube ich in einer Phase der Serie, wo es nur noch ums Spielen geht. Ähnlich wie im Finale der Champions League, da kann der Spieler mir dreimal erzählen, dass er fünf Millionen dafür bekommt. Er will diesen Pokal haben. Einfach der Wille diese Runde zu gewinnen. Es ist auch tatsächlich angenehm ruhig im TV-Studio im Vergleich zu manchen großen Turnieren. Es fällt den Spielern leichter sich zu konzentrieren. Die Geberin nimmt den Spielern auch unnötige Arbeit ab. Man kann sich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Nur eben ist es ganz unter gegangen, dass Matthias sein Spiel verloren hatte und noch ein bisschen zurückgefallen ist. Naja, was heißt ein bisschen? 318 sind über 300 Punkte auf Platz 2 und von Platz 2 zu Platz 1 sind es mehr als 400. Er hat es ja im Interview angedeutet, dass er hier nichts zu verlieren hat. Selbst der Dritte gewinnt 10.000 Euro und wenn man einmal ganz hinten ist, dann muss man offensiver spielen und das tut er. muss mehr Spiele nehmen, er muss es versuchen, zumindest auf den zweiten Platz, das dann immerhin 15.000 Euro sind, heranzukommen. Wenn man dann nicht das Quäntchen Glück bei der Kartenverteilung hat, dann kann das auch ganz schnell sehr weit nach unten gehen. Und jetzt sieht es wieder schlecht aus für den Matthias. Spielt Karo einfach und auch das Spiel wird nicht auf der Haben-Seite zu verbuchen sein. Naja, gegen Partei schon mit 44 Punkten Der Tobias führt mit über 1000 Punkten. Kriegst du ihn noch oder nicht? Naja, über 1000 Punkte hört sich wirklich viel an, aber 400 Vorsprung hat er. Das kann in fünf Spielen auch noch mal anders umlaufen, aber eher unwahrscheinlich. Wenn noch ein vernünftiges Spiel kommt, werde ich es wohl noch mitnehmen, aber nur verwalten ist, glaube ich, die falsche Taktik. Daniel ist da auch, der kann jederzeit noch mal zurückkommen. Matthias hat sich glaube ich jetzt mit den letzten zwei Spielen rausgeschossen. Ich denke mal, ich hatte relativ viel Pech bei den Kartenfindungen, sowohl auch bei den Kartenständen, von daher verbuche ich es unter dem Aspekt Skat-Pech und versuche noch den zweiten Platz zu erreichen. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt den Sieg noch nehmen lasse. So, dann sagt Tobias dem Daniel was. Sehr gute Einschätzung der Spieler sehr realistisch. Auch Matthias in einer sehr realistischen Einschätzung jetzt versuchen zum zweiten noch aufzuschließen. Spiel Nummer 29 noch sieben Spiele. Null. Hier versucht er es nochmal. Ein Nullspiel. Matthias spielt Null. Das bedeutet, der Alleinspieler darf keinen Stich machen. Also das ganze Skat-Spiel wird im Prinzip auf den Kopf gestellt. Die Karten sind auch anders einzureihen. 7 8 9 10 Bube Dame König Ass in den vier Farben. Kein Trumpf, kein Bube hoch, nichts. Er hat etwas Glück bei Kreuz. Die Verteilung ist ganz gut. Aber sein Null ist sehr schwach. Der ist im Prinzip wenn ich ehrlich bin klinisch tot dieses Spiel. Aber er wird gewinnen. Das hat er aber auch verdient. Nach so viel Pech bei den Garten hat er jetzt hier mal etwas Glück mit der Verteilung und sein Mut wird belohnt. In einer Hand stehen die kleinen Kreuz, in der anderen Hand die großen Kreuz bei Daniel. Bei Daniel stehen die kleinen Karo, bei Tobias stehen die Hoden Karo. Leider bei einem Null mit nur 23 Punkten plus die 50 Spielpunkte, kein so großer Sprung Richtung zweiter Platz haben, aber immerhin. Null wird auch relativ selten gespielt, das ist immer ein ganz nettes Spiel für den Alleinspieler, weil ich zumindest den Eindruck habe, dass die Gegenpartei sich da oft schwer tut, wirklich gut zu spielen. Es wird vielleicht auch, weil es so selten gespielt wird. Da werden öfter mal Fehler gemacht. Hier am Tisch war es vermutlich eher die Verteilung, die zugunsten von Matthias zu gut war. Stimmt. Obwohl das Nullspiel so ein... Das Skatspielen auf den Kopf stellt. Es ist sehr kompliziert zu spielen. So, Matthias, sag du bitte. Und hier tatsächlich links hoch, rechts klein, einmal umgekehrt und schon war der Null zu Hause. Das Nullspiel wird auch gern gespielt, wenn man eine aussichtsreiche Karte hat, aber wenn man eine Farbe oder einen Gang nicht gewinnen kann, verliert man eben mal einen Null mit 23. Ah, ja, der ist günstiger zu verlieren. In der Reizhürde auch oft genutzt, jemandem über einen Null zu helfen und ihn dann doch zum Farb- oder Grandspiel zu zwingen. Alles strategische Dinge. Hier sieht es mir jetzt nach einem Schaulaufen für Tobias aus. Der den Grand nach Hause bringt. Genau, wieder ein Grand. Vergrößert natürlich weiterhin den Abstand auf Daniel. 29 jetzt für die Gegenspieler. Tobias hofft immer noch auf Schneider, aber dafür müssten die Herzkarten gut stehen, wie in diesem Fall. Aber er gibt noch Karo König ab. Wenn Karo 10 blank ist, so sagt er sich, ist das Spiel Schneider, wenn nicht. Aber er gibt hier schon diese Chance auf. Ausspiel Karo König. Karo 10 kommt dann zwangsläufig. 61,59. Na, Daniel, hast du dich doch so ein verschmitztes Grimsen? Ja. Dann sag doch mal dem Matthias was. Passe ich. Ach Gott. Daniel hat hier keine Karte zum Spielen. Nichts. Matthias oder Tobias? Ja. 2? Ja. 0? Ja. Passe. Kran. Matthias spielt einen Kran. Oh, gegen Tobias sehr starke Hand. Schlechte Findung. Der Kran ist nicht sehr stark. Vier Augen auf den Buben. 15 jetzt eingebracht mit dem Kreuz Ass. Kreuz 10 Ausspiel. Matthias muss stechen. Und immer noch ein Pik, ein Karo. Und die Herzkarte nicht geklärt. Herz Ass. Hoffentlich ist Herz 10 blank. Nein. Herz 7 gespielt. Herz 10. Karo Ass fällt. Jetzt kann natürlich bequem von Daniel Karo 10 hinterher kommen. Die muss bedient werden. Gegenspieler bei 50. Einfach einverlaut. Und Daniel erkennt genau. Entweder muss der Pik noch bedient werden. Oder wir haben keine Chance. Bringt Pik 10. Pik Ass bei Tobias. 71 für die Gegenspieler. Erkennt Matthias sofort und sagt, ich gebe auf. Tobias. Du sagst dem Daniel passen. 18. Auf keinen Fall. Passen. Es hat nicht geklappt. Tobias liegt weiter sehr, sehr weit vorne. Es wird eng für Daniel, in den letzten vier Spielen da nochmal ranzukommen. Aber er wird es versuchen. Du spielst Pik tatsächlich. In dem Spiel aber spielt Tobias wieder. Und zwar Pik. Ja. Und die Gespräche waren eben so nett. Tobias meinte, ich gebe dem Daniel jetzt nochmal die Chance, sich zu revanchieren für den Pik von vorhin. Das war Spielzimmer, oder? Wir erinnern uns. Daniel Pik. Spielte Pik. Tobias hatte fünf Trümpfe gegen. Und Daniel meinte dann eben auch noch, was? Du spielst tatsächlich Pik? So als wie, du, jetzt habe ich fünf. Nein. Die Karten, wir sehen es hier, stehen gut für den Alleinspieler Tobias. Drei, drei stehen die Trümpfe. Er muss allerdings im Gegenspiel immer wieder hin und her noch über die Nebenfarbe gewinnen. Er muss unbedingt zwei Stiche in Kreuz machen. Sticht jetzt Karo-Dame. Überstich von Matthias mit Pik König. Und wenn er jetzt Kreuz öffnet, bekommt Tobias alle Stiche. Was macht er? Er spielt den Karo-Boom. In der Hoffnung, Tobias muss antreten. Denn 56 liegen jetzt bei den Gegnern. Kreuz-König nach Hause wäre schon der Sieg. Aber das konnte Tobias verhindern. Nochmals 72 Punkte dazu. Einfach Pik. 22 plus der 50 für dieses gewonnene Spiel. Das macht den Erfolg von Tobias schon wesentlich sicherer. Bitte schön. Bitte schön. Danke schön. Daniel kommt noch mal ran. Aber kein hochpunktiges Spiel. War schön zu sehen. Die gedrückten Karten. Herz ist Trumpf und Tobias kommt raus. Karo 10, Kreuz König. Und wieder zu sehen. Karo, Ass bleibt in der Hand. Karo 10 gedrückt. Aber auch dieser Harz will erst mal gewonnen werden. 43 Augen. Ja, Herz 10 verstochen. Ja, Herz 10 verstochen. 56 Augen, Karo, Karo König gespielt. Ja, wo ist denn die 10? Und er muss nur noch 5 Augen bringen. Ja, Daniel, was macht man da? Da sticht man mit Kreuz Bube, warum er sich da so eben geziert hat, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. 70 Augen hat er eingebracht. Schneider wird dieses Spiel wohl nicht mehr. Vielleicht war es das. Er hatte vielleicht versucht, den Schneider noch irgendwie zu erbinden. Nein, nein, nein. War nicht möglich. Da. Immerhin noch mal auf 800 rangekommen. Aber es sind immer noch 500 Punkte Unterschied. Und die Zeit läuft uns davon. Die Spiele laufen davon. Spiel 34. Daniel nichts in der Hand. Du sagst Matthias was? Ich passe. Passe. Ich passe auch. Ja, Matthias nichts. Ja, und warum sollte Tobias jetzt hier noch was anbrennen lassen? Ja, das ist nicht nötig. Da wird eingepasst direkt zu Spiel 35. Da sind es nur noch zwei Spiele. Und ich glaube, jetzt ist es schon theoretisch kaum noch möglich. Es sind 517 Punkte Differenz. Doch, zwei Grangewehr würden noch gehen. Kein Problem, das machen wir doch. Die Wahrscheinlichkeit für einen Grangewehr ist relativ niedrig. Die ist sehr, sehr niedrig. Das wird also nicht passieren. Und noch dazu müssten dann beide schon mit Vieren sein. Aber das ist hier in dem Fall schon nicht mehr möglich. Das Spiel ist nochmal an Tobias gegangen. Hier zu sehen, wunderschönes Pik. Also, Tobias wird diese Serie gewinnen. Egal wie dieses Spiel ausgeht. Egal wie das folgende sein wird. Und er hat damit das höchst sortierte Skat-Turnier in Deutschland in diesem Jahr für sich entschieden. Er ist der Skat-Master 2017. Und er wird diesen Pik auch gewinnen. Bringt 22 Punkte plus 50. 72 auf glatte 1400 Punkte. Wunderschöner Spielstand. Spiel Nummer 36. Das letzte Spiel in diesem Finale. Ja, die Splatter sind relativ ausgeglichen. Und ich glaube, die Jungs haben auch keine Lust mehr, hier noch was zu machen. Passt auch. Ich auch. Es wird eingepasst. Drum. Herzlichen Glückwunsch, Tobias. 25.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Ich will das Ding, Tobi. Danke, der ist gut. Herausragend. Super gespielt. Was denkst du, woran es heute gelegen hat, dass du der Bessere warst? Ich glaube, dass ich tatsächlich die besten Karten von allen dreien bekommen habe. Und das Quäntchen Glück gehört halt beim Skat immer dazu. Ich freue mich tierisch, das Ding gewonnen zu haben. Absolut. Und jetzt 25.000 Euro. Was machst du damit? Es geht erstmal an die Nordsee in den Urlaub mit Family und den Rest wird meine Frau, glaube ich, verwalten. Sehr gut. Hier nochmal der Sieger vor dem Brandenburger Tor. Die Qualifikation für 2018 läuft bereits. Sie können, wenn Sie möchten, auch mitspielen. Skatmasters.de Und damit verabschieden wir uns Peter Mitschke und Wolfgang Schutsch. Bye, bye, gut Blatt.